Ich finde es total schön, dass Gedankengang so explodiert ist. Mittlerweile füllen wir Hallen mit tausenden Teilnehmern. Ich merke, wie das alles wächst und gedeiht und das macht mich unheimlich stolz und glücklich. Wir wollen eine Bewegung sein, dass wir Menschen dazu bringen, sich systematisch weiterzuentwickeln. So einen Abend kann man sich vorstellen wie so ein richtig buntes Buffet. Man kommt rein, man befüllt sich mit unterschiedlichen Gedanken und man geht doppelt so gestärkt und doppelt so intelligent und gut gelaunt raus, wie man reingekommen ist. Wir haben so coole Impulse von deutschsprachigen Topspeakern. Hier spricht ja keiner, der keine Ahnung hat. Das sind alles Leute, die Experten in ihrer Art sind. So ein komprimiertes Wissen, so einen Espresso der Weiterbildungsszene, den gibt es in ganz Europa nicht. Warum sollte man denn eigentlich Gedanken zahlen? Was steckt dahinter? Wir glauben, dass jeder das Potenzial hat, persönlichen Erfolg und Glück zu haben und alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, Menschen genau dabei zu unterstützen. Im Grunde wird jedes Thema abgedeckt, was Gesundheit ist, Rhetorik, Interaktion, Motivation. Ich bin einfach daran interessiert, mich selbst zu verwirklichen und das kann man auch alles dazu lernen. Dieser positive Spirit ist einfach so enorm. Ja, ich will auf jeden Fall meine Persönlichkeit entwickeln, um weiter an mir zu arbeiten. Willst du dir Gedanken im Kopf tun, die dich weiterbringen, statt dich klein zu halten? Gedanken, die schon hunderttausende Menschen geholfen haben, ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen? Willst du Gedanken tanken, die gut tun und dir oft richtig viel Spaß machen? Das kannst du haben. Bei uns.